Da bin ich direkt wieder bei dem Arena-Kampf und alles vollgeheiert. Kurz noch tauschen. Ja, ist sowieso ein Doppelkampf, ist mir egal. Und dann los. Hehehe, bist du überrascht? Jihihi, bist du überrascht, dass es hier zwei Arena-Lider gibt? Wir sind Zwillinge. Wir brauchen nicht zu sprechen. Wir wissen, was der andere gerade denkt. Danke in Übertragung. Wie ist die doppelte Stärke? Kannst du sie besiegen? Ich hoffe doch, ich hoffe doch. Lunarstein und Sonnfehl. Ähm. Ich bin zwar ziemlich underleveled, aber... Ich glaube, ich gehe lieber auf Lunarstein. Auf Lunarstein. So. Es ist mehr... Es ist mehr, als ich erwartet habe. Ja, das... Habe ich jetzt nicht erwartet, aber... Äh... Ich hoffe einfach, dass es reicht. Ich hoffe es einfach. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht dran. Glück gehabt. Okay. Also wenn sie... Sie es auch so probieren, dann... Es reicht sogar. Es reicht sogar. 34. Also ich habe es mir persönlich ein bisschen schwieriger vorgestellt. Ja, habe ich. Ich meine eben noch 20 Schübertränke gekauft. Und dann das. Ich erhalte den Mentalorden von Svenja und Ben. Der Mentalorden erhöht den Spezialangriff und die Spezialverteidigung von Pokémon. Und du kannst damit die V-M-Taucher außerhalb eines Kampfes einsetzen. Dies ist ebenfalls für dich. TM04. Das ist... Gedankengut, genau. Habe ich mir fast sogar gedacht. Hier ist zum Glück ein Teleporter. Ich gehe jetzt mal kurz heilen und dann mache ich kurz eine Pause und starte das Spiel neu. Also... Dann ist es gleich. Und es geht weiter. Und jetzt läuft es schon viel besser. Wie man sehen kann. Ähm... Soweit ich weiß... Muss ich zu ihm. Pikax? Ja, das ist mein Zuhause. Peinlich, wie Karl die Räume hier sind. Oh, hier, nimm diese V-M. Zieh ein Teil Taucher. Ich habe das meinem Pokémon schon beigebracht. Vielen Dank, vielen Dank. Wenn du Surfer einsetzt und über das Meerkleid ist, wirst du dunkle Stern im Wasser bemerken können. Setze hier Taucher ein und du kannst ihn abtauchen bis zum Meeresboden. Wenn du wieder auftauchen möchtest, setze sie ebenfalls da auch ein. An manchen Stellen ist das Auftauchen allerdings nicht möglich. Das ist mir bewusst. Trotzdem danke. Da werde ich das jetzt wohl auch Pelipa beibringen müssen. Ich finde es übrigens gut, dass die VMs in Pokémon Sonne und Mond abgeschafft wurden. Oh. Und genau deswegen finde ich es gut. Ich glaube, ich habe kein anderes Pokémon gefangen. Zickzacks. Zickzacks. Naja, werde ich für der Liga trainieren. Wenn ich das jetzt die ganze Zeit mitnehme und nicht einsetze. Ich hoffe jetzt einfach, dass es Taucher... Vergessen wir es, vergessen wir es. Du kannst schön hierbleiben. So. Ähm. Ich muss jetzt in die Meereshöhle. Hier irgendwo. War ich schon hier? Hier? Ja, ich glaube... Ich glaube... Ähm... Mal schauen. Irgendwie begegnen mir keine Pokémon. Woran liegt das? Ah, gut. Nein, danke. Habe ich schon und ich bin nicht zufrieden. So. Komm, bitte. Kann es, Taucher? Ha. Nee. Ich probiere es einfach. Komm, 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 komm. Yes. Falls man die Geräusche gehört hat, ich habe es mir angewöhnt, immer... ...B zu drücken, wenn ich ein Pokémon fange. Ähm. Bitte? Yes. Ja. Ist er denn nicht genau, wo die Höhle ist? Nee. Also die Musik ist auf jeden Fall schön. Unter Wasser? Sag bloß. Ist sie das? Nein. Ist sie das? Das ist sie. Genau. Ach, man muss B drücken. Und dann geht's los. Die Zierhöhle. Ach man, es ist nervig. Es ist einfach nur nervig. Die Stärke ist jetzt nicht so schlecht. Deswegen kann ich es gerade noch so verkraften. Und dann sage ich mal, fache. Äh. Und? Und? Ja. Und? Und? wie mache ich das jetzt so hat sie schon erledigt aber habe schutz dabei das schutz dabei haben nein warum sollte er auch sonst dort stehen hat man ich will das eigentlich nicht naja wieso passiert mir das muss ich hier nicht gegen adrian kämpfen ich hätte mir wirklich schutz mitnehmen sollen wir können hier keine kinder gebrauchen geht nach hause sofort ja ok was soll das eigentlich der will ist immer 30 und dann ist es für vier habe ich was ich habe was gegen unlicht oder ja mach wie du denkst kanivana und wehe dir jetzt kommt deine wasserattacke der bringt dir auch den kreideschrein nicht viel ja 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 mann ja ja ich er es ist hier lang ja ich kann das nicht gar nicht genau Es ist ziemlich nervig, dass man das mal wieder neu einsetzen muss. Ähm, ach da muss ich schon dort kommen. Du darfst kämpfen. Diese Subo, das ist sehr eng. Ich hab deshalb überall blaue Flecken. Okay. Ja, Achtung. Ich bin echt ziemlich underleveled. Als hätte ich irgendwas vergessen. Ähm, das geht gleich weiter. Okay. So, das ist wahrscheinlich... ...dann eben nicht. Ach so. Oh. Nein. Nein, das ist wahrscheinlich nichts. Ach, geschafft, geschafft. Ich glaube, ich muss von hier kommen, oder? Was ist das? Ähm. Was mache ich überhaupt? Das kann sich da niemand mit angucken. Ich hab völlig... Ich hab viel zu kompliziert gedacht. Viel zu kompliziert. Okay. 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 Was begegnen mir auch... ...unheimisch wenige Poppermann. ...undheimisch 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 wenige Poppermann. Ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Ich hab da jetzt... ...gerade keine Lust drauf. Also, ja, dass was mit der Folge, und... ...bis zum nächsten Mal. Tschüss.